hallo ihr lieben und willkommen zurück zu einer neuen daddelzeit hier mit rimworld und unserer gift niederschlag heimgesuchten kolonie daddeltopia ja wir haben es echt nicht so ganz leicht gerade beziehungsweise eigentlich eher unsere kolonisten so noxy du gehst einmal in die ich wollte schon sagen ausnüchterungskammer aber so eine art kann man das ja fast schon bezeichnen irgendwas neues oder wie oder was oder wo ja noch ist da schon gesichert wäre ja was wenn sich hier jemand ganz böse vergiften würde das darf ich natürlich nicht zulassen deswegen muss ich immer mal wieder gucken dass ich die leute entgifte nox ist noch immer leicht angegiftet gott wie sich die kolonisten hier angiften gegenseitig aber wird zeit dass dieser doofe giftige niederschlag man nachlässt irgendwie habe ich was dagegen so du ebenfalls aber bald ist eh nacht dann wollen die ganzen hempels sowieso wieder das sichere suchen ulzen habe ich ja eh schon unter dach und fach wie jetzt wilzen dich habe ich doch hier eigentlich ja jetzt futtert der enden wilzen was weg oder wie ach leckt mich doch ja genau geht schlafen leute wobei andy der forsch noch ein bisschen rum ist auch nicht oh andy du hättest das jetzt auch mal zu ende machen können wenn schon denn schon aber gut da gehen dann hoffentlich gleich die ersten anzeichen für vergiftung wieder weg die sonnenfinsternis dies vorbei na immerhin etwas jetzt muss auch noch der gift niederschlag und das psychische brummen am besten nachlassen die vergiftung hier erst anzeichen sind weg das ganze gleich hoffentlich ebenfalls bei nox großhändler von juan or warum nicht ja die ersten anzeichen der vergiftung sind auch bei noxiboxi hier weg perfekt was will man denn mehr schleicht euch durch den giftregeln hierher und wir haben eine forschung abgeschlossen heurika das weiß ich zu schätzen und wollen wir das bierbrauen langsam mal lernen oder nicht das ist hier die frage raffinieren ist ja raffiniert was kann ich damit denn machen ermöglicht den bau einer kleinen raffinerie zum herstellen von kraftstoff kraftstoff kenne ich noch gar nicht bin ich der meinung zumindest ist kraftstoff neu oder nee wird vielleicht für raketen und ja kraftstoff wird vermutlich für raumkapseln und so gebraucht kann ich mir vorstellen na gut nehmen wir doch mal mechanik weil dann können wir auch schusswaffen herstellen das wäre gar nicht mal so schlecht wenn wir das hätten ist eigentlich wichtiger als was wie farbige beleuchtung was will ich damit finde ich eigentlich ganz gute dinge hier stelle medizin aus kräutermedizin neutramin und stoff her geiler stoff nein neutramin was ist das wo kann ich neutramin herstellen fragen über fragen neutramin ah scheiß die wand an ich möchte mechanik forschen das sage ich jetzt mal so ganz forsch so gegen 12 gucke ich mal ob ihr sich welche ärger vergiftet haben und kennen ist zumindest auf bestem wege sich zu vergiften und wir haben eine vorratskapsel was bringt denn diese kapsel gold damit wir unseren arsch vergolden können hier ist auch noch etwas gold gelandet brauchen wir aber noch nicht zwingend im lager weil sonst ne ihr wisst ja sonst kommen die bösen räubers und denken hier gibt es was zu holen brechen wir gleich mal mit dem raketenwerfer ein ja und das will ich nicht nee 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 das muss nicht sein Wilson hat natürlich wieder erste vergiftungsanzeichen das wollen wir ebenfalls nicht kennen ebenfalls erste anzeichen du gehst mal gefälligst dorthin und auch mai mai ist schon wieder am ja giftig werden ja die beiden die haben ja schön ihre arbeit drin zu verrichten die haben es gut da ist doch keine gefahr so mal sehen jetzt sind hier alle mauern weg da fehlen glaube ich noch im lager bis oder lagerzone so haben wir es hier so auf jeden fall haben wir jetzt eine ganz große lagerzone so viel kann ich jetzt zumindest sicher sagen und oh das fleisch das wird langsam wieder etwas weniger aber wir haben hier schon richtig viel leckere mahlzeiten das ist natürlich schon mal was wert was für einen boden habe ich überhaupt gemacht ich bin der meinung das müsste granit sein oder das sieht mir nach granit aus ja das sieht farblich passend aus kann man auch mal legen vielleicht kann das Wilson bei gelegenheit mal übernehmen nein was seid ihr des wahnsinns auf die stille treppe mit euch wie könnt ihr nur so rich ist ja sicherlich nicht vergiftet und vom charakter wer hat denn hier sozial skills sozial 4 und der andy hat sozial 6 der ist kompetent die nehme ich mal zum verhandeln so mit wem darf ich denn hier handeln nehmen wir mal die elena die elena ja grüße und hier ich mache hier nochmal erneuerung damit die auch ja da bleibt wo ihr seid wir haben eine ratte die wir verkaufen können und das tun wir auch weil ich weiß nicht wofür ich diese ratte gebrauchen soll ehrlich gesagt wir haben Pemmikan was war schön und gut gut und schön ist aber ich glaube Pemmikan macht nicht glücklich deswegen verkaufen wir einfach mal radikal kriegen wir auch wieder geld dann haben wir hier mal richtig viele Mahlzeiten die wir verkaufen können das gibt ordentlich Bums hier in die Kasse was können wir denn noch alles verkaufen ja machen wir mal hier 300 Kartoffeln können auch mal weg davon haben wir eh genug minderwertige Beeren können wir ebenfalls mal verkaufen Bauteile die behalte ich gerne Medizin gerne doch sag ich nicht nein Plaststahl könnten wir ordentlich was kaufen können wir aber auch selbst abbauen daran mangelt es uns eigentlich nicht warte mal ist das Tee von Toten Tee scheint für mich von Toten zu sein also wenn es nicht ein Tee Shirt ist dann ist das glaube ich was anderes was bedeutet das Tee ich glaube das Tee müsste bedeuten das von einem Toten ist deswegen würde ich mal alles mit einem Tee irgendwie entfernen wollen das sind auch die die von der Stabilität nicht so doll sind in der Regel wobei hält sich eigentlich zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben ganz viele ja hier haben wir ordentliche Sachen ja ja was können wir noch hier irgendwie kaufen verkaufen gibt es hier irgendwelche interessanten Waffen das wäre natürlich interessant Kraftstoff Kraftstoff ja die haben schon Kraftstoff ähm Neutramin gäbe es ah ja da steht hier ein synthetisch chemischer Neutralisator eigentlich ohne je nutzen aber wird in der Produktion vieler Drogen als Zutat benötigt seit wann habe ich hier Drogen seit wann habe ich hier Drogen ne 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 keine machte Drogen gilt auch hier bei uns Jo Bier könnten wir en masse kaufen können wir aber auch irgendwann selbst herstellen von daher eigentlich auch jetzt nicht zwingend benötigt Sandstein Doppelbett Boah gibt es hier noch irgendwas was wir unbedingt brauchen ich sehe jetzt eigentlich nicht was wir bräuchten hm wenn die jetzt Waffen hätten das wäre super gewesen da hätte ich mich richtig drüber gefreut ähm Muffalo Staubmantel brauche ich auch nicht wirklich ja würde ich mich besser verstehen oder so dann könnte ich offenbar auch einen Mensch hier verkaufen oh tolle Beschreibung ein durchschnittlicher Mensch nahezu unverändert durch genetische Anpassungen und evolutionäre Prozesse auf erdfremden Planeten nahezu unverändert das ist ja nett ähm ne dann muss das hier irgendwie ausreichen so kann ich glaube ich ein bisschen einfache Mahlzeiten zurücknehmen ja mach ich mal so und dann haben wir ein bisschen Silber in der Tasche das ist auch in Ordnung das soll so reichen dann produziere ich einfach mal 20 davon nach und alles wird tutti frutti wie bei Mutti so wie geht's euch überhaupt gerade habt ihr euch von ersten Vergiftungsanzeichen erholt nein habt ihr nicht dann bleibt ihr weiter drin ihr Halunken und wie ihr wollt euch selbstständig machen dann gibt's Kasala ihr sollt euch entgiften leute ja mal sehen das Ding das verrottet hier ja so fast dann ey seid ihr schwer von Begriff so ihr kommt jetzt in die hinterste Ecke so geht das ja mal gar nicht ich kümmere mich um euch und so dankt ihr mir das ne kommt ihr mir mal nach Hause so wie sieht's denn jetzt aus Nox darf raus Cannon darf noch nicht raus Mai Mai darf raus so ihr zwei ihr müsst natürlich bleiben Warte mal Wilson will Wilson, Wilson, Wilson du bist ein frecher Bengel nee, 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 nee nicht so mein Freund Gott, dieser Niederschlag der muss endlich aufhören das ist furchtbar haben die das jetzt auch überwunden zumindest hier ist der Anzeichen kein Anzeichen mehr Cannon muss aber noch bleiben solange die Anzeichen da sind kann ich sie leider nicht auf die Welt loslassen während die Handelskarawane tatsächlich schon weiter zieht die Karawane zieht weiter der Sultan ach Mensch ja, leckst mich doch am Arsch ach, um diese Uhrzeit kann ich ja auch mal sagen, tu doch was du willst, du wirst eh schlafen gehen wenn du mal gegessen hast ach, der Niederschlag der Niederschlag, der muss aufhören der ist furchtbar so macht das doch keinen Spaß so so Wilson Rich Knox Andy ja, die einzige die eigentlich noch äh Beto Ushi muss ist Cannon derzeit aber ich wette die steht auf bevor sie fit ist hab ich irgendwie so die bittere Befürchtung nein sie kann wieder raus wenn sie will wir haben gerade einen richtig giftigen, giftigen Niederschlag kann der Niederschlag nicht mal aufhören bitte ist das denn zu viel verlangt so Wilson erste Anzeichen du darfst da hingehen du hast auch schon wieder erste Anzeichen und du ebenfalls hinein mit euch ins Vergnügen und wie ihr wagt es raus zu gehen ist hier irgendwie Kindergarten im Niederschlag den mag ich absolut nicht vor allem hier steht auch noch äh oder bis über einen Monat nein will ich nicht ein Monat geht 15 Tage das ist Pui das ist eklig das ist widerwärtig das ist ey ihr bleibt alle samt drin ha willst du mal kurz draußen ja das ist echt so ein Bagger Loot auf den muss ich aufpassen Nox du darfst gleich mit drin bleiben ja Ende ist sicherlich auch wieder fit wie ein Gummistiefel noch immer genau das sind echt so wann ist das endlich vorbei weg mit dem Niederschlag so kann ich nicht arbeiten mal sehen mal sehen bewusstlos ähm vergiftung extrem oh da könnte sich das Alpha Biber Problem auflösen ja Alpha Biber tot Alpha Schildkröte tot alles tot hier lebt gar nichts mehr richtig ähm der Grizzly Bär der ist nur extrem vergiftet der hält noch durch ah hier alles tot aber ich weiß nicht so ein vergifteter Körper ich weiß nicht ob ich die überhaupt einsammeln sollte Gott und meine Kolonisten würden hier auch so rum krebsen wenn ich die nicht äh so fürsorglich behandeln würde dann hab ich durch Glück dass ich hier so halbwegs über die Runden komme na 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 nein ihr packt euch alle wieder da hin nein Canon darf tatsächlich raus als einzige nur ihr müsst weiter drin bleiben hi hi ja guten Appetit Canon und genau fütter mal kurz den Gefangenen danach bist du glaube ich auch wieder Pflegefall aber egal so und wieder du gehörst mir mal bitte Wilson darf noch nicht raus Nox darf noch nicht raus Venom darf wieder rein Gott, ich komme mir so vor als wenn ich sie dauernd bestrafen würde dabei mein ich es doch nur gut mit denen das ist ja das Schlimme daran ich tue denen ja gar nichts nicht böswillig so jetzt dürfen die noch mal tun was die wollen die müssen ja auch mal essen Gott das ganze kotzt mich hier aber mal zutiefst an so ich warte noch ab ob vor dem Aufstehen irgendwo jetzt alles wieder gut wird nee Canon geht los und es ist noch nicht alles gut das erste Anzeichen von Vergiftung schon wieder oder noch immer ach das ist doch eklig ich guck mal wie lange es Kenen aushält erste Anzeichen nee da müssen wir echt mal sehen dass dieser Regen bald möglichst aufhört aber bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen als wir werden schauen was kommt und zwar in der nächsten Dattelzeit hier mit RimWorld ciao ciao ihr Lieben und schaltet wieder ein Ting Vielen Dank.